Kämpfe, Treffer schon anzeigen, viel Spaß. Puglater! Also, wer hat ihre Gunst? Der erfahrener Kämpfer oder der Newcomer? Erst, Ate! Schnitt in den Rücken. Ein Schnitt über den Rücken. Harus macht den ersten Punkt. Puglater! Ein Öffnungskritt gegen den großen Schild. Kann sehr gut funktionieren, aber nicht gegen Lupus. Harus! 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 Pardus versuchte seiner Drehtechnik. Gestern hat er damit einen Punkt gesetzt. Heute nicht. Lupus hat aufgepasst und sich der Gegner vorher angeschaut. Sie sehen jetzt auch ein Schnitt über den Rücken von Pardus. Sie sehen, es wird viel mit dem Schild gearbeitet. Der Schild schützt natürlich, aber er ist auch eine Waffe. Puglater! 2 zu 0 für Pardus. Los, Lupus, gib nochmal alles. Puglater! Die große Krämpfe beschützt Lupus hier vor dem schweren Treffer zum Kopf. Kom schon! Halt! Pardus ist großmühlig und letzts threw Kuntler aus. Prost! 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 Hast Du ihn gemerkt? Nee! Hier rein? War nicht gemerkt, er kam. Soffa aus Koffa. Dann mach's nen Kratzer. Ist egal, wir trompa! Blutet nur, kann doch! Er ist Kratzer, Lupus ist hart! Der kann doch! Pugnate! Wir sehen auch viele Schläge zum Gesicht, das hat nicht das Ziel den Gegner auszunocken, dafür sind die Helme viel zu massiv, aber man schließt kurz die Augen und dann kann man den Treffer setzen.